Warren hey sit down science brah hallo mein hübsche meine hübsche ich bin im sci-fi labor jetzt ich bin nicht schrödingers katze bis gleich ok schließfach öffnen ok da kann ich nicht viel sehen was fehlt hier noch für ein bild jemand am fenster waffe ok evan sprechen yo maxwell smart talk later cool talk to me cake i'm trying but you have to understand my position okay you don't understand mine excuse me max you come over here sure you look worried is everything okay sorry to bother you mr jefferson i'm only bothered when you avoid turning in photos but you know this so what can i do for you max just between you and me i'm worried about kate marsh you're not the only one do you have something you want to tell me ich sag david und kate das ist blöd nichts ich probier es mal aus i saw david madsen harassing kate yesterday he was scaring her mr madsen confuses fear with security i'm sorry kate had to be a target of his paranoia if you had proof i could talk to principal wells oh yes i have an actual photograph for once let me see that photo after class you're already thinking like a real photographer and max i promise this matter is being discussed by the faculty i assume you know about this viral video kate is kate is freaked out by all of this she can't do homework while she's being tormented on a daily basis what if kate brought this on herself she means well but maybe she does protest too much she seems like she's holding back the truth have you talked to her yes i talked to her on the phone today she needs friends and support now i just don't want kate marsh to become the next rachel amber rachel amber what does she have to do with kate with all her missing persons posters around it's hard not to think of her rachel was nothing like kate and principal wells said you had something on your mind you wouldn't tell him you care to share not right now i'll tell you everything as soon as i figure it out i'd like to believe that max it just seems like there's a lot of drama around you this week listen should i excuse me max hello yes um hold on i have to take this so just go into class and i'll be there soon yes hi Stella Stella is smart to stay out of all the drama oh, can i see you photograph here? you are out of control turn left then right show me the love how do i look, taylor? you look like a house Nicht jetzt, Max. Ich habe mich überraschend. Okay, da ist Daniel. Zeichnung, ansehen. Das ist ein großartiges Schild von Dana. Daniel ist das richtige Ziel. Dana wirft sich in Pose. Was ist denn, Daniel? Ich habe mich überraschend, um Dana zu drehen, nachdem Hayden seine Paparazzi aufhört. Ich hoffe, du möchtest das Schild, das ich von dir gestern gemacht habe. Ich liebe es. Liebe. Und es ist mein neuer Avatar. Excellent. Ich habe viele Likes auf FB. Ich habe dich blöd. Hör auf. Was hast du eigentlich zu Weihnachten gewünscht? Ähm, noch nichts. Ich weiß nicht, was ich so wünschen soll, ehrlich gesagt. Oh Gott. Dann ignorieren wir mal. Jetzt gehen wir mal in den Science Roo. Hi. Warren. Wo kann ich hier die Ehrenmeierkolben fotografieren? Hey. Hey, Brooke. Hi, Max. Mach in your daily rounds. Okay. Wie war dein Drone? Miss Grant bunt sie mich über die Parking-Lot. Sie ist all jacked up über die Verwaltung. Ich bin, 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 ich bin. Du hast schon ein GPS-Left auf ihn? Ich habe den, ich habe den, er hat auf dich. Ich liebe es zu schlafen, aber... Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. So lange. Okay. Das kann nicht so schwer. Schimmig, die Kinder. Geh mir das Gehirn, Igor. Hey Warren, bist du okay? Du siehst du glaubwürdig, aber verwirrt. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. I have a vision. Go-dium. Go-dium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Damn, zip. Hey Warren. Maxwell's asking. I have to add either a bit of potassium. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Weird science. Yes, I am a scientist. Hey Warren, ich habe mir ein Neid für das wie Panic gewünscht, Mario, perfekt Timing, ich brauche Hilfe mit diesen Chemikalien, ich frage mich an die Neid, halbdaddy, ganz viel Kali. Ich denke, du solltest viel Potassium benutzen, ich meine, eine Scheiße. Oh Gott, bravoom. Ja, das war ein Blast, aber wir halten es ein Profesionales secret, cool? Bring me the brain, Igor. Ja, das war ein Blast, aber wir halten es ein Profesionales secret, cool? Ähm, das war's jetzt, oder nicht? Hey Warren, da fehlt noch was? Ganz viel Kali, ja. Ich denke, du solltest... Videos schauen gibt es heute Abend nicht. Nö, musst du warten, bis ich hier fertig bin. Puh, musst du warten, Pech gehabt. So, wo kann ich jetzt hier die Ehlenmeyerkolben fotografieren? Ich hab schon die Waffe verpasst. Wo kann ich die Kolben fotografieren? Das wäre hier das Chemiematerial. Bring me the brain, Igor. Hier kann ich nichts fotografieren, das wären die, aber wie kann ich hier fotografieren? Wo sieht man mit Miss Grant? Hi, Miss Grant. Can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Mmm. How's your campaign going? It's missing somebody who should care. But no finger pointing here, Max. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. Some of us want to use our cameras for good. But people like David Mattson want to use them to spy. Jeez, I'm not like him, Miss Grant. I know, Max. But the trick is to make sure Blackwell Academy does not end up like him. Okay, chop. I'm sorry, Miss Grant. But I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Okay. You're looking forward to sleeping. Okay. So. Stop. Have I already spoken? Howdy, Brooke. Hi, Matt. Ah, Experiments. I need to know if you can help me with a potassium experiment. No can do, Max. I'm all about robotics, not chemistry. Give me a drone over a beaker. I'm helping Warren with his latest experiment. Oh, I guess he needed a neophyte assistant so he wouldn't be threatened. But you came to his rescue anyway. Not me. Warren doesn't need my help. The boy knows things. Okay, chop. I hate to hit and run, but... Don't let me get in. Okay. Okay, dann sagen wir ihm jetzt, was wir Chlor haben wollen. Hey, Warren. Maxwell's asking me, have that either... Chlor. Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. I can't argue with a confident scientist. Let's try it. Ja, du kannst ausschlafen. Das ist geil. Foto. Sehr gut. Oh. He's pretty cute when he's in full-on geek mode. Oh. Das ist süß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Also, wir haben ein neues Foto. Da. Und mir fehlt tatsächlich ein Foto. Es darf nicht wahr sein. Ähm. Dammit. Ein Foto verpasst. Äh, wo soll man jetzt hingehen? Hm. Ist er schon da? Nein. Hayden bringt auch nichts. Wieder ein Foto verpasst. Das ist doch zum Mäusermelken. Ähm. Gehen wir mal zurück. Wir haben eigentlich mit allen gesprochen. Haben wir mit Taylor gesprochen? Boah. Okay. Jawoll. Jack Dwells. Rausgehen kann ich nicht. Wir sind auf der Liste. Hier kann ich auch nicht lang. Was muss ich machen? Ich soll... Ich sollte zum Kunstunterricht. Okay. Oh. Oh. Produkt Montag. Ach ja. Ich hab hier nochmal... Einiges... Donntag, Dienstag. Ja. Und hier hab ich noch einige neue Personen. Joyce und Frank. Die machen wir später. Jetzt gehen wir aber wirklich mal zum Kunstunterricht. Äh. Ich glaub wir haben mit allem gesprochen. Wir haben auch fast alle Fotos. Es fehlt halt nur noch ein bisschen was. Er ist immer noch... Am... Telefon. 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 Okay. Schau ein bisschen auf das Fenster. Kommt der jetzt? Ich muss jetzt echt die beiden da von meinem Platz verscheuchen. Ich muss sie jetzt wahrscheinlich fragen, dass sie da weggehen. Wir sprechen später. Wir sprechen später. Okay? Ich muss jetzt gehen. Weil ich diese Gespräche mit dir jetzt nicht haben kann. Okay? Würdest du bitte den Telefon aufhören? Guck mal. Wie lange das durchhält. Guck mal. Mhm. 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 Ich habe eine Klasse. Ich muss mich anzeigen. Ich muss gehen. Okay, ich werde das machen. Oh, ich weiß, das macht Sinn. Da wartet die echt, bis ich darin die Leute verscheucht habe. Ja, da wartet, bis ich die Leute verscheucht habe. Das darf nicht wahr sein. Ich muss die von meinem Platz verscheuchen. Hey, Schnuckis. Hier kommt der mysteriöse Max. Entschuldigt als ein Pixie-Hipster. Wie all die anderen herzlichen Tui-Artisten hier. Du hast mich wirklich geklappt. Mit mir. Miau! Bring out the claws! I love seeing chicks fight! Right. Can I sit at my table now? Max thought we were going to be buds. Fucking ha ha! Assholes. Wie fand ich Friendly Fire 3? Ich fand's lustig, muss ich ehrlich sagen. Ich fand Friendly Fire echt lustig. Die haben immer echt sehr geile Ideen. Aber gut, die Leute, die da sind, sind auch immer der Hammer. Oh, Kate. Katie. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong. And weird. So, nu. Jetzt kommt er rein. Miau. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down. We have a lot to cover today and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student or a friend. I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usually, people need something to judge, so they never take a good... No smartphones in class, Max. Put that away. Look at themselves. We can thank Reality TV for some of that. In the end... What's your problem? We can only blame ourselves for participating. Speaking of participation. There are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiro-Skiro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. I guess Kate will miss class now. I'm worried about her. ...because of their contrast. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips.